So meine Freunde, wir sind jetzt hier in Euskirchen, auf der Körniss, sind mal schnell ein bisschen am Platz. Es ist nichts Großes hier jetzt mit kranken oder irgendwas, aber Abfall. Ja, jetzt heißt es Euskirchen. Hey Freunde, wie sieht es aus hier? Habt ihr gute Laune? Ja! Dann gehen wir mal vor. Das war ja klar mit Leila. Bist du gut ausgeburt? Ja! Jetzt geht es Rundfühlen! Ja! Das war ja klar. Und meine Ostmann hat ein Zweiter. Sie ist schöner, länger Zweiter. Wie ein Pemper. Zwei Pemper. Das war ja klar mit Leila. Ich bin ja auch klar mit Leila. Ich bin ja auch klar mit Leila. Ich bin ja auch klar mit Leila. Und jetzt hier ist Wolle. Wir sind sehr schön, wir sind so gut. Seid zu lassen, Mensch! Schau dir auch noch mehr! Oh, ne? Hallo, die Spiele! Hey! Oh, ne? 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 So, meine Freunde, wir kommen jetzt gerade von dem Breakdance. Saugeiles Teil. Der erste, der jetzt gefahren wird von der Sorte. Saugeil einsteigender Meister. Der erste, der jetzt ist ein Jampau von. Super, ich bin ja schon gekommen. Atenniooo! Atenniooo! Her ist auch, er kommt ja hoch! Abflug! Eisgürchen, wo seid ihr? Carina! Carina mit der Arbeit! Oooooohh! Waaaah! Was war das-Grade?! Alter! Carina! Sie haben uns zugedreht! Wir sind gerade mit dem Jumper gefahren. Nicht den Voodoojumper, sondern den Jumper, das ist ja ein geiles Zeichen, kriegt auf jeden Fall ein Video. So, Arli, jetzt will ich dich reinhören! So, Arli, kein Zurück mehr! Ey, alle Freude, alle! So, meine Freunde, das war jetzt der Extreme-saugartes Teil, wie der Fighter, mega cool, hier in Euskirchen, einsteigender Beisagab bis zum 06.02. So, meine Freunde, das war's jetzt hier aus Euskirchen, eine kleine, kompakte Kermis, X-Faktor, Brackdance, Krake, alles dabei, was ihr braucht, Jumper, supertolle Kermis hier, schaut vorbei, und morgen geht's von uns nach Berghall. Bis dahin, euer Achtermann Reiter. Karina!